So, wir dokumentieren den Fehler. Hier haben wir das Samsung S23 und wenn man jetzt auf 10-fach zoom geht, zack, ist es unscharf. Jetzt kommt der tolle Trick. Man nimmt es hochkant, ist es scharf und Querformat ist es immer noch scharf. Probieren wir dasselbe noch mal. Jetzt machen wir es gleich im Hochkant. Jetzt gehen wir gleich im Hochkant und gehen auf die 10. Zack, da ist es scharf, bleibt scharf und wenn man es dreht, bleibt es auch scharf. Das war der Fehler. Ja, hier sind wir wieder, das Samsung frisch aus der Reparatur und jetzt machen wir wieder mal folgenden Test. Wir gehen hier, sieht man, im Samsung auf 10-fach zoom und zack, es stellt unscharf. Auf 3-fach ist okay. Auf 10-fach, zack, es stellt unscharf. Keine Hülle, nichts dabei. Probieren wir es mal mit dem Nachbarmotiv. Zack, unscharf. Auf 1-fach, 3-fach, 10-fach, zack, okay. So sieht es hier leider aus und leider scheinbar nichts repariert. Mein jetzt ist es scharf. Jetzt ist es scharf und dann kann man auch andere Sachen anvisieren. Und er schafft es scharf zu stellen. Und jetzt machen wir wieder auf 3-fach und gehen nochmal auf 10-fach. Zack, unscharf. Ja, das war's. Was ist mit dem Samsung los? So, und hier ist die E-Mail. Da sieht man also, Sie konnten das Problem nicht nachvollziehen. Naja.